Ja, hallo zusammen. Nur eine ganz kleine Info. Ich wollte Bescheid sagen. Die Probleme scheinen passiert zu sein. Also sprich, was die Streams angeht. Ich habe offensichtlich jetzt wieder die alte Einstellung gefunden, beziehungsweise ich kriege wieder meinen Grabber reingeschaltet. Problem war nämlich an der ganzen Geschichte. Offensichtlich scheinen die neueren Versionen von XSplit eher auf Windows 10 ausgerichtet zu sein. Ich habe nur Windows 7 oder Windows 8 zumindest. Keine Ahnung. Ich habe auf jeden Fall Windows 7. Und mit den neueren Versionen ich weiß nicht, warum das nicht mehr funktioniert hat, aber ich war auf jeden Fall nicht der Einzige, bei dem es nicht mehr funktioniert hat. Jetzt habe ich mir eine ältere Version geladen und es funktioniert wieder. Ja, das heißt, Freitag können wir ganz normal hoffentlich streamen. Zumindest ist das Problem, wovon ich ausgegangen bin. Kein Problem mehr. Aber wer weiß, was sonst noch kommt. Ja, ich wollte euch nur Bescheid sagen. Außerdem, ja, die aktuellen Parts. Danke für den Hinweis nochmal von Crash. Herrscher den Mutanten, die sind ein bisschen asynchron. Habe ich beim Rändern wohl ein bisschen gepennt. Aber gut, es sind ein paar Parts, wo jetzt auch nicht viel passiert. Deswegen denke ich mal, ist es jetzt nicht allzu schlimm. Gut, ne? Also, wenn ihr Bock habt, vielleicht bis Freitag. Tschüss, tschüss.